... in den Nestern. Okay. Feuer frei. Wie gefällt euch das? Na los, ihr scheißkerle, kommt schon. Na also. Beute. Okay, ein Nest weniger. Wie viele sind's noch? Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Das war's für dich. Das war's für dich. Gottverdammt. Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Das ist die reinste Todesfalle. Okay, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Go, es geht. Ich muss aufpassen. Was ist das? 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 Ich weiß nicht, was ich nicht. Ah, das ist schon! Ich bin mir, Bart. Ich bin ein Wettbewerb. Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal los. Ich bin ein Wettbewerb. Na, also. Ich bin ein Wettbewerb. 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 Füllen, oder? Nein, Deak, warte bis abends, da sind weniger Freaks in den Nestern. Oh, ein Lager, ja? Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Ja, 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 ja. Nein, Deak, warte bis abends, da sind weniger Freaks in den Nestern. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ein Lager, ja? Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Gott, verdammt. Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Das ist gut. Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Ganz schön kalt draußen, hm? Da heiz ich euch ein bisschen ein. Ermischt. Oh, Gott. Ah, das ist die reinste Todesfalle. Okay, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Mal sehen. Komm schon, Leute. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja. 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 Geh, Geh, Geh! Geh! Geh, Geh! Geh, Geh! Das wird euch aufwärmen! Geh, Geh, Geh! 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 War das das letzte? Na endlich! Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Pusa, es ist erledigt! Die Nester sind zerstört! Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Werk sein! Hey, Dig! Wie war's gab's da? Kam's da viele von denen? Naja, es lief ganz gut! Deshalb wollte ich sie erledigen, solange es dunkel ist! Ein paar waren trotzdem verdammt stark. Ja, Kälte macht sich stärker. Das wusstest du. Ja, ja, Buser, das wusste ich. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Du hast hier draußen, wo du auch ein paar Sachen gelernt hast. Hau dich aufs Ohr, Buser. Dick ein Ende. Das war's. Das war's. Oh